Willkommen zurück zu Clash of Clans. Ja, ich habe mal ein paar Truppen angefordert, fast maxed Balloons. Ich werde versuchen damit die Chorwälde platt zu machen. Und ja, ich würde sagen, wir machen erstmal hier einen Angriff. Und ja, ich würde sagen, wir machen erstmal hier einen Angriff. Ja gut, 30 Prozent. Die Gegner hat 39. Das ist natürlich nicht so schön, aber egal. So, wir haben eigentlich fast komplett volle Lager. Ich kann überhaupt nichts machen. Und ich habe gerade zwei Juwelen bekommen. Da machen wir den heilen. Der dauert ewig. Clankriegsliegen. Wir haben es geschafft, Häuptling. Wir haben es in die Kriegsliegen geschafft. Hier können wir endlich beweisen, dass wir zu den besten Clans gehören. Machen wir uns bereit. Ich kann ein paar Tipps geben, wie wir uns vorbereiten können. Zunächst einmal bestreiten wir einen Kampf nach dem anderen. Du kannst auf die Schaltfläche unten tippen, um zwischen Kriegen zu wechseln. Häuptling. Vergiss nicht, Truppen schon für den nächsten Tag zu spenden. Um an einem Tag zu gewinnen, müssen wir mehr Sterne sammeln als die Gegner. Jedes Clan-Mitglied kann nur einmal angreifen. Die Angriffe sollten also wirkungsvoll sein. Wir brauchen erstmal etwas Perspektive. Tippe auf die Schaltfläche unten. Der Clan, der insgesamt die meisten Sterne gesammelt hat, gewinnt die Liga. Wenn wir gewinnen, können wir in höheren Ligen aufsteigen. Tippe auf die Info-Schaltfläche, um mehr zu erfahren. Ich glaube, wir sind bereit. Ähm, ach da. Ja, okay. Oh, eine Sache noch. Wir verdienen Liga-Medaillen mit Sternen und Siegen. Mit den Medaillen können wir einige sehr mächtige Gegenstände kaufen. Du findest sie im Shop. Schade. Ich bin Kriegszuschauer. Aber mein anderer Account ist hier drinnen. Ich glaube, aber ich nehme das erstmal nicht auf. Wenn ihr es wollt, dann schreibt das mal unten in die Kommentare, wenn ich mit dem anderen Account auch mal ein bisschen was aufnehmen soll. So, dann gehen wir mal. Die haben wir alle schon fertig. Okay, Narrengold. Im Grunde müssen wir die beiden Türme, die beiden Verteidigungen ausschalten und die beiden. Dann hätten wir es geschafft. So, 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich würde sagen, das war ziemlich einfach zu gewinnen. Aber wir kriegen auch so gut wie gar keinen Loot mehr daraus. Geschafft. Mal gucken, ob ich nochmal Ballons bekomme so schnell. Zwei sind online also. Und meine Armee ist nicht komplett. Juhu. Oh ne. Die nicht. Die hier. Ähm. Hier. Aber der Fehler. Muss ich mal schnell ändern. So. Okay. Ich glaube erstmal nicht. Dann greifen wir hier nochmal an. Und da kann man rechts, äh, oben, meine ich, ziemlich schnell was holen. Ja. Mitten in die Mine rein. Kommt schon. Und das, äh, die Meisterhütte kriegt ihr schon. Ja. Und jetzt noch einen Stern. Komm. Noch einen Stern. Wenn wir zwei Sterne haben, haben wir eigentlich garantiert gewonnen. Okay. Oh, ich denke mal, wir haben gewonnen. Das ist schwer zu schlagen hier unten. Mit drei Sternen zu gewinnen. Okay, mit Bogenschützen. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Okay, der Tesla ist raus. Ich glaube, die, oh, verdammt, die beiden Minen sind schon weg. Und die kommen nicht an den Bogi da ran. Oh. Ich glaube, der kriegt, ich glaube, der kriegt, äh, drei Sterne. Oder? Ah, nee, die Riesen gehen zu schnell drauf. Ja. Hat nur einen Stern. Ich hab gewonnen. Ah, von, äh, Kahn. Nochmal, äh, THX schreiben. Komm schon. So, die sind hier fertig. Ballungs. Durchgangsroute. Oh, okay. Ja, die, die wird, das ist aber schwer hier. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Kommt schon. Das macht's gut kaputt. So weit die Luftabwehr, äh, kaputt ist, haben wir eigentlich schon gewonnen. Und, wir haben gewonnen. So gut wie, wenn da jetzt nicht, äh, überall suchende Luftminen sind, haben wir gewonnen. Dann machen wir uns noch den ganzen Loot ab und haben dann auch schon gewonnen. Das ist eine selbstverständlich, Diggi. Die, ähm, naja. Ich würd sagen, nicht immer. Das ist auf jeden Fall, äh, nett. Can, Kahn, Zahn, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Ähm, danke, dass du mir die Truppen gespendet hast. Leider kann ich jetzt nicht direkt nochmal anfordern, aber egal, machen wir erstmal hier einen Angriff. Okay, holen wir das erstmal weg, das da. Kommt schon, holt euch die Meisterhütte. Der Papa hat auch nicht wirklich eine Ahnung, wohin der rennen soll. Kommt schon, komm. Ja, drei Sterne. Wir haben es, glaub ich, geschafft, Leute. Das wiederholt jetzt drei Sterne, was ein bisschen blöd wär. Er hat 50% Gold. Okay, er hat verloren. Er hat nur 50% Gold, mehr nicht. Geschafft. Was können wir denn machen? Den Kracher. Eine Doppelkanone. Die Mine muss ich hier noch machen. Und danach können wir soweit, ich weiß, nichts mehr mit dem Sternlabor machen. Nee. Dann würde ich mich daran machen, langsam hier mal alles aufzuräumen. Hier haben wir es schon längst geschafft. Aber hier drüben noch nicht. Ich würde sagen, einen Angriff machen wir noch und dann ist die Folge auch schon vorbei. Ja, die Truppen brauchen noch ewig. Und Leute, ihr seht das hier. 732 Juwelen. Ich glaube, das wird noch was mit der vierten Bauhütte hier oben. Also ich hab vor, so Anfang Rathaus 6. Da will ich das auf jeden Fall haben. Damit ich dann gleich richtig gut anfangen kann mit den Geburgenen verbessern und aufbauen und aufbauen. Ihr wisst, was ich meine. Am Ende von Rathaus Level 5 wäre natürlich auch ganz cool, aber ich erwarte nicht. Ich will nicht zu viel erwarten. Okay, danach werde ich mit dem ganzen Gold, was ich hab, auf jeden Fall meinen Magiaturm mal verbessern. Und den Minenwerfer. Magiaturm und Minenwerfer. Vielleicht auch noch die Lager. Ähm. Ich mach mal die Bogenschützen. So. 14 Sekunden noch. Wie viele Hindernisse haben wir jetzt hier? Dreimal gruseliger Baum. Äh, dreimal leuchtende Laterne. Nein, viermal. Und zwei, vier, sechsmal von den Weihnachtsbäumen. Ähm, ihr seht hier die magischen Gegenstände. Wenn ich ein paar davon kriege, von den Hindernisschaufeln, dann verschiebe ich die da irgendwie hin. Hier. Vor den Händler. Aber das haben wir leider noch nicht. Wir könnten sie vielleicht, weiß ich nicht genau, durch die Kleinkriegsliga bekommen. Aber da sind wir ja nicht drinnen. Wir sollten eigentlich garantiert zwei Sterne kriegen. Oh nein, 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 nein. Die Truppen. Oh, fast in den Zerschmetterer reingelaufen. Und zwei Sterne. So gut wie gewonnen. Komm. Ah, schade, die Kanone ist nicht kaputt gegangen. Und gewonnen. So, dann mache ich glaube ich als nächstes, oh, die Meister, die könnte ich schon machen. Aber nee, ich rushe nicht. Ich mache erst mal die Stoßfallen auf jeden Fall. Und danach wahrscheinlich den Tesla. Den habe ich schon bei meinem anderen Account komplett hochgezogen. Sind halt ziemlich gut. Sie haben eine relativ große Reichweite. Ich glaube, warte mal, ich weiß gar nicht, wie groß die ist. Sieben. Ah, nee, doch nicht so groß. Aber sie machen eigentlich ziemlich guten Schaden, finde ich. Für ein Gebäude, was nur 2x2 Pixel, Blöcke, Meter, keine Ahnung, wie das berechnet wird. Ihr wisst schon, eins dieser Kästchen hier, dass es 2x2 davon sind, ist ziemlich gut eigentlich. So, hier sind die Truppen noch nicht fertig. 10 Minuten noch. Und hier eine Minute. Hm, naja. Okay, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Schreibt unten in die Kommentare, ob ich mal mit meinem anderen Account auch ein bisschen aufnehmen soll. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss. 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 Vielen Dank.